Willkommen zurück. Wir tauschen immer noch den Böden hier ein bisschen aus. Ich glaube letztendlich war es auch die richtige Entscheidung. So, ok. Ich weiß bloß noch nicht wie ich das jetzt mit diesen Anhöhen hier mache. Keine Ahnung. Wie viel kann ich noch mitnehmen? Auch ein bisschen. Einen Bücher kann ich noch wieder mitnehmen. So. Dann haben wir das auch. Und unser Schwarzstein ist bald weg. Wieso kann ich mir eigentlich diesen Namen nicht merken? Das ist eigentlich so easy peasy, ey. Hm, gefangen würde ich mal sagen. So, wo war doch hier unsere Fackeln? Ja, da. Zack. Der eine Eimer kann eigentlich auch wieder weg. Genau wie die vollen beiden. So. Ein bisschen haben wir noch. Im Prinzip könnte ich jetzt hier tatsächlich weitermachen. So. 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 Mo. Okay, geht nicht. So, dann machen wir hier an dieser Ecke weiter. Nicht richtig aussieht besser, ey. Schlampig arbeitet, können wir aber jetzt machen. So, dann machen wir hier an dieser Ecke. So, 5. Ach Mist, jetzt kann ich das schon wieder nicht entfernen. Ich spiele gerade immer mehr mit dem Gedanken am Ufer andere Blöcke hinzustellen und darauf ein Zaun. Ich spiele es jetzt aber noch nicht. Eventuell sind diese Theorid-Blöcke auch zu hell. Weil die sind, na gut, die sind Teller als der Besalt, aber so ganz überzeugt bin ich jetzt noch nicht davon. So. Wo war ich das? Ach so, das war hier. Ein bisschen können wir noch austauschen. Auch wenn es nicht mehr viel ist, aber immerhin ein bisschen. Zum Bleistift hier. Auch wenn ich es vielleicht nochmal anpasse, aber erstmal. Elf Blöcke, ähm. Ein, zwei, tsch-tsch-tsch-tsch-tsch. Untertitelung des ZDF, 2020 So, toll, alles schon verbraucht Ejo, Ejo Das ist alles schon verbraucht Ich versuche auch noch ein bisschen sandlos zu werden Ich habe da glaube ich eine Stunde für geackert für das ganze Material Und zack, alle Ach stimmt, hier könnten wir vielleicht auch nochmal dicht machen Mhm Hatte ich nicht noch, ne hatte ich nicht Das war diese eine Schippe Okay Okay Ich werde hier glaube ich später auch noch einen Weg lang bauen Aber erstmal tauschen wir das so aus Okay 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 So und hier vorne noch, zack 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 Wollte ich hier so einen Weg machen? Ich weiss es nicht mehr. Vielleicht. Lassen wir das erstmal offen. Ach, ist auch schon wieder vorbei. Okay, zwei Laufe einmal please. So, wo habe ich denn jetzt die ganzen Dinge lassen? Hier wahrscheinlich. Okay, theoretisch könnte ich auch noch ein paar Bücherregale gleich machen, wenn wir schon mal nicht sind. Jetzt werde ich ja bei Erkton Holzmeer, ne? Das wäre vielleicht ein bisschen unclever gelöst. Hatte ich hier noch was? Da, jo, sehr gut. Okay. Dazu nochmal ordentlich Bücherregale. Und ich würde dann offscreen jetzt, das ist ja wieder so eine kleine Mini-Zwischen, denke ich gerne nochmal an die Schafe ran wollen. Haben wir hier noch eine... Keine Schere mehr? Na doch, da haben wir eine. Die kann ich dann erstmal in Ruhe noch zerstören. Und wir sehen uns dann in der nächsten Session wieder. Ich bitte zu bedanke mich. Bis denn her.